Martina, bei online, da macht es mir nicht so einen Spaß, aber im Chor macht mir Spaß. Tschüss. Hallo, mein Name ist Kaja und ich bin elf Jahre alt. Mir fehlt der Chor sehr, da wir viel Spaß hatten und immer schöne Lieder gesungen haben. In der Zeit, wo wir die Zoom-Metings haben, können wir uns nicht so gut unterhalten und haben auch nicht so viel Spaß. Deswegen würde ich mich eigentlich freuen, wenn es wieder normal gehen würde. Hallo, ich bin Kasper, zwölf Jahre alt. Mir ist der Chor wichtig, weil ich gerne singe und weil es auch eine Gemeinschaft ist und ich sehr schöne Jahre auch schon im Chor verbracht habe. Mir fehlt der Chor, weil auch ein paar meiner alten ehemaligen Klassenkameraden noch im Chor sind. und einfach halt auch das Quatschen mit dem Chor fehlt und das Singen in der Gemeinschaft. Was ich mir wünschen würde, dass man vielleicht wenigstens mit Abstand und mit Maske tragen halt singen dürfte. Ich bin Valentin und acht Jahre alt. Mir fehlt der Chor sehr, weil Martina so nett ist und weil das Singen so viel Spaß macht. Ich bin Leila und sechs Jahre alt. Mir fehlt der Chor sehr, weil es danach immer manchmal Süßigkeiten gibt, weil wir so schöne Lieder singen. Also ich möchte wieder zum Chor da und das Singen in der Gruppe viel mehr Spaß macht als alleine zu Hause. Liebe Grüße, Emma und Familie. Ich heiße Carla, bin sieben Jahre alt und singe gerne im Chor mit anderen Kindern zusammen. Mir fehlt das, weil halt man am Computer nichts verstehen kann und es irgendwie manchmal so stockt. Hallo Martina. Ich bin etwas traurig, dass wir nicht mehr zusammen in der kleinen Feuerwache proben können. Bin aber trotzdem froh, dass wir wenigstens uns an den Computer setzen können, um dort zu proben und unsere Lieder deswegen nicht verlernen. Hallo, ich bin Emil und bin zehn Jahre alt. Und mir fehlt der Chor, weil Martina so nett ist und weil ich Singen sehr doll mag und weil wir da so schön zusammen sind in der alten Feuerwache. Hallo Martina. Wir finden Corona ziemlich doof, denn wir würden gerne wieder richtige Chorproben machen und nicht immer an uns zu. Das fehlt uns so ein bisschen, weil ich mag an Zoom nicht so gerne, dass wir uns nur, wir sind wie hier von der Wand auseinander. Das ist so eine Art Wand. Ja und ich, also ich finde es aber eine Option, doch ein bisschen blöd ist es auch immer lautlos zu singen. Also dass man immer den Ton ausschalten muss. Aber es wäre natürlich auch blöd, wenn alle durcheinanderquasseln würden. Oder dass man die anderen gar nicht mehr hört. Oder manchmal, da kommt die Verbindung zum Internet. Nicht das. Ja und ich finde es auch blöd, dass wir uns durch Corona nicht richtig treffen können und unsere Freundinnen nicht leben können. Ja und ich finde es auch blöd, dass wir uns durch Corona nicht mehr hören können. Hoffentlich wird es bald besser. Tschüss. Hallo, ich bin der, ich bin zwölf Jahre alt und will endlich wieder singen und mich mit meinen Freundinnen treffen. Und was mir auch noch am meisten fehlt, das sind die Auftritte. Wir sind ein Chor, aber irgendwie doch keiner. Es wäre echt toll, wenn wir uns treffen könnten. Wenigstens einmal im Monat. Wir würden uns auch alle vorher testen lassen. Ja, uns fehlt das gemeinsame Singen. Also, bitte lasst uns endlich wieder singen.